Wir haben von Paul Kemper diese Anfrage gekriegt, dass wir das Projekt, die PR-Agentur, die findet dieses Projekt einfach total geil. Ich finde das toll, die wissen, sagen, wir wollen euch ein bisschen mehr unterstützen. Das kommt natürlich auch daher, dass wir gesagt haben, ey komm, wir teilen dieses Geld, weil es halt ein bisschen nützlicher für die anderen auch noch nützlich ist, für den Projekt, wo wir es halt geteilt haben. Ja, so haben die denn uns aber gesagt, okay, wir müssen euch einschätzen und dadurch müssen wir 10 bis 15 Freunde von euch wissen, die dieses Projekt teilen sollen. Wir haben jetzt 10 ausgewählt. Ihr nehmt das erste Blatt raus, das ist der Umfragebogen. Ganz wichtig, das erste Blatt, genau das gleich vorne, wenn ihr da dieses Fenster habt, das rausnehmen, ja genau. Ich hab da. So, pass auf. Dann geht's so weiter. Ja, hier, das ist der vorne. Einer hast du doch in der Hand den, den Ding oder nicht? Ja, der ist richtig. Nur den rausholen, dann kommt dazu. Oh, ich stelle mir nicht, können wir erstens eine machen, nur das die obere, die Multiple Choice mit den Schulnoten. Ja. Wir machen nur die Multiple Choice erst mal, weil bei den zweiten muss ich auch noch was dazu sagen, das dauert ein bisschen länger. Ja. Ja, dann fang mal an. Also, darf ich alles reingreifen? Nur oben, wie bewertest du das Projekt? Wie bewertest du das Projekt? Mehr wollen wir gar nicht wissen. Du sagst auch Herzchen in die Zahl machen, ja. Ja, ihr könnt Herzchen rumwarten natürlich, ne? Eins ist sehr gut, ne? Steht da oben. Steht da, Schatzi. Lesen. Lesen, Tanja. Tanja. Was ist wirklich echt? Warte, wir müssen Autos rumwarten. Schulwurst rumwarten. Das wird jetzt nicht. Ich hab keinen gelben Stift. Geht nicht. Tut mir leid. Wir fahren eins bis sechs alles an. Wieso? Ich mach einmal Schläge, nur 84 jetzt. Stattfand, genau. Die Räumlichkeiten, das ist natürlich, das ist sehr egal. Also manche Fragen sind halt schön, ne? Da wo man sich so denkt, ja. Also es wird noch lustig, weil ihr müsst in Verbesserungsvorschläge, ich rede jetzt einfach mal, warte. Okay. Ich rede jetzt einfach mal für euch. Äh, Verbesserungsvorschläge, da müsst ihr halt wirklich 15 bis 20 Vorschläge vorbringen. Ja, die habt ihr noch, gleich. Genau. So seid ihr alle durch? Soweit? Tanja? Er hat ja auch keinen Schnee, brauer auch nicht. Er ist ja, er hat ja gar keinen Umschlag. Arbeitsphasen und Pausen. Ist gut, ne? Gar keine. Keine. Keine Arbeitsphase, nur von Hause. So. Ja wirklich, kommt eigentlich nur zum Bier, trinken und, äh, und dann kommen wir zum Grillen. Genau. Meinst du, wenn mein Vater denkt, ja. So Tanja, sind wir bald fertig? Mann, ich fahre. Du warst doch gar nicht dabei. Oh Mann, du. Du bist auf Toilette. Mach einfach alles eins, oder nicht? Nee, mach das natürlich nicht. Nee, das sieht ja scheiße aus, oder? Ja, das stimmt. So, seien wir eigentlich alle durch, nicht zu weit, ja, ne? Nein. Da immer noch, ne? Ich muss abschreiben, ich kann das nicht. Nein! Ihr könnt gleich weitermachen. Dann machen wir erst mal, wenn das hier erst mal, holt mal den Rest da raus, was ihr da alles drinne habt. Das ist so einfach. Also das ist einfach. Holt mal den Rest da raus, was ihr da alles drinne habt. Alles. 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 Wirklich alles. Alles. Ganz sicher. Ja. Alles. 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 Und dann legt ihr euch das haargenau durch. Dankeschön. Und sagt mir, ob ihr damit zufrieden seid oder nicht. Mit dem Logo. Mit dem Logo. Mit dem einfach. Wir wollten uns einfach mega bedanken. Leute, diese Scheiße war ein totaler Reinfall. Also ihr braucht keinen Bogen ausnehmen, keinen gar nicht. Es ist einfach für uns einfach so. Wir wollen uns einfach mega bei euch bedanken. Wir haben uns bei der Herbie angemeldet. Haben uns gesagt, hey Leute, es ist einfach so geil mit euch zu arbeiten. Wir können nie euch was Gutes tun. Ihr tut uns so viel Gutes. Und okay, Tanja hat leider, so wie die meisten, einfach nur ein Dankeschön. Ja, nur ein Dankeschön. Ne? Also die anderen haben einfach nur ein Dankeschön. Und äh, vor uns sind halt wirklich Leute bei, ja. Wir haben auch eine bei, Nico, du auch. Ne? Was hast du denn? Klick. Leider eine bei, die ist erst 16. Ne? Die gute Tante hat, der Nico, hat schon das Schreiben drinnen, was er ausfüllen muss. Mhm. Wie ihr seht, die sind Personal gebunden. Deine Karte kaufen wir dir ab. Das ist alles abgesprochen, die du gekauft hast. Ah, okay. Das einzige, was ihr noch machen müsst, außer wenn du eine hast, eine Camperkarte. Ähm, genau, die behält sie trotzdem, die bleibt gleich. Das ist alles schon abgeklärt. Hä? Hast du's verstanden? Ja, kannst du. Ich jetzt auch? Genau, da klären die. Das haben wir schon alles abgeklärt. Für was? Ihr steht doch drauf. Ja, aber Nico hat's doch nicht gereicht. Ihr seid doch vollkommen verrückt. Aber richtig. Schatz, nein. Das sind Freikarten für Abby One. Du kannst damit, das ist umsonst so, ich... Einfach für Abby. Weißt du jetzt? Ja. Das ist eine Karte, da ist dein Name drauf. Ach so. Ach so. Du hast aber das Problem, du bist der Verantwortliche für Joy. Das ist der einzige Haken. Okay. Ja. Deswegen haben wir jetzt aber auch... Ach, das wird schwierig. Ich nehm Tüten mit. Ordentlich. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, das ist so eine kleine... Als Dankeschön. Einfach, weil wir wussten nicht, wie können wir euch was Gutes tun. Äh, ja. Ja. Ich würde jetzt auf die Füße fallen, ne? Aber... Ja, ehrlich. Ja. Hast du verstanden jetzt? Ja. Ich bin für Josi zuständig. Nein. Wuhu, Abby. Nein. Das war ja Spaß. Ja, das ist ja... Ja. Ja, ja... Jetzt können wir uns ja auch nicht gestahlen. Ja.